Ja, Hallihallo Zocker und YouTuber! Willkommen zurück in 7 days to die. Die Jolle ist gerade auf keinen Fall offline in den Graben mit den Spitzen gefallen und hat geplärrt wie ein Dich. Und deswegen gehen wir jetzt alle in die Stadt und machen einen Einkaufsbummel. Es war auch nicht Jolle Fleck, die da reingefallen ist, sondern ich. Ja, das war Fleck. Nein? Das war Fleck, ja. Ja, Fleck. Ich war das nicht. Ja, also wir machen heute jetzt einen schönen großen, naja, großen... Wenn wir mal gucken, wir brauchen Kinderblocks jetzt aus dieser Stadt. Und mal schauen, wie uns halt die Zombies dann auflauern, ne? Kinderblocks, das schon. Was sind diese... Das ist die City. We built this city. Oh, sie hatte Antibiotika dabei. Sehr gut. Einpacken, weiter geht it. Für Munition hab ich eigentlich noch. 30 Schuss, das reicht. Ja, ich hab da sogar noch mehr, 119 jetzt noch. Ja, du weißt ja auch, wie Flecky seine Zombies tötet. Dauerfeuer! Meine Box, meine Box! Oh! Ja, da ist auch nur Supply-Kisses. Das ist wahrscheinlich die, die wir nicht gefunden haben in der Folge davor. In der Folge davor. Hier so ein bisschen in den Müllkram. Toll. Ja, guck mal, in den Müll. Ich hör da irgendwo ne Sumse. Äh, da kommt sie. Hinterblocks, hallo! Also alles einsammeln, was hier an Blocks rumliegt, ja? Mhm. Oh, was soll ich mit Claim-Blocks, mal ehrlich? Äh, die Sumse. Lecker, ein altes Gammel. Aua, was willst du denn? Black! Black, die Sumse! Ja, machste doch platt! Ah! Hau sie um! Das ist doch kacke! So hoch kann ich nicht zielen. Ach, klar kannst du, aber mach du mal die. Ey, Dicker! Hapse! Ah! Das ist die nächste. Wir sind auch ein paar Nester, alles klar. Ich hab zwei alle. Da kommt die nächste. Boah! Gut geschossen, Jenny! Wenn ich Zeit habe, klappt das auch. Aber wenn ich irgendwie unter Strom stehe, schieß ich daneben. So sieht's aus. Dann geht's auch gerne mal in Fleckis Kopf. Nein! Da kommt wohl eher ein Pfeil von ihm angeflogen. Guck mal hier, diese... Ah, jetzt hab ich meine Spitzhacke nicht dabei. Ah, Jenny, du hast eine Spitzhacke! Sicher hab ich eine Spitzhacke bei mir. Ähm, was... was machst du denn da? Der Satz Stone, da kriegst du auch Gravel raus. Echt? Ich wollte dir mal... ähm... Heik doch mal bitte, oder komm doch mal kurz her. Mit deiner Spitzhacke. Bau doch mal eins dieser... diese... komischen Steine hier ab. Kann man nämlich sehen, dass die, ähm, wenn man die ein... also abbaut... Die bleiben exakt am Mundo, bleiben die so. Können wir mal mitnehmen. Und irgendwo als Deko hinstellen oder so. Oh, voll spannend. Wen willst du als Deko? Was willst du denn schon sagen? Also ich nehm die ganzen Xinder-Box hier mit, ja? Jaaaa. Mach das. Wie viel wollt ihr denn haben davon? Alles. Weil... hier liegen ja alle fünf Meter Welle. Ah. Noch Müll. Ah, Müll. Der gute Müll. Ja, der gute. Oh, ich seh'n Auto-Frag. Ich seh'n Auto-Frag. Ich seh'n Auto-Frag. Den grabe ich jetzt Flair. Uhuhuhu. Denn, was machst du? Ich hol' noch ein bisschen Scrap-Metal. Ich glaube, du hast was gefunden. Boah, ich hab' sie voll... voll getroffen, aber sie will nicht sterben, ne? Voll. Da. Oh, da kommt doch wer angeschissen. Ah, haha, der Zungen-Miga-Unsel. Ah, der gar Hornig aus, äh, La Popo. Scheuer. Bitte? Ja, du stichst doch die Biene eigentlich auf. Und? 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 Geh' doch mal tot! Mal! Oh, danke, wer auch immer ist wahr. Ich... vielleicht kann er nicht schießen. Eben. Der hat immer... hast du noch den Hund an den Backen? Nein, der ist halt umgekloppt. Ah, alles fair. Dafür hab' ich aber auch nur noch zwei Schuss. Oh... 30 Schuss für den Hund gebraucht, nein. Boah, ey. Du bist so verloren in dieser Apokalypse, weißt du das? Halt still. Halt still. Ja, das sag' ich dir meinen Feinden auch demnächst. Wenn du jetzt mal einen kleinen Augenblick stillhalten würdest, dann, dann, aber dann, ja, greffe ich dich immer noch nicht. Aber dann. Aber dann. Aber dann. So. Ja, ist... Weiter geht's. Feuchtfröhliches Traben. Bitte. Black. Ja. Ich hab' hier Zombies. Ja. Ob du das noch hinkriegst? Nein, nein. Da ist noch einer. Ich glaub' auch nicht. Lass' die doch um... Ich will die aber töten. Ja, umtänzeln die doch. Und dann ist gut. Was soll ich die umtänzeln? Ja. Dann zusammen doch mit ihr. Yeah. Scrap Metal. Was hat der denn dabei? Au. Milady. Das sieht doch schön aus. Wo ist ein neues Auto? Wollte gleich beim ersten Date... Da ist ein Auto. Wolltste fummeln mit der? Die hatte aber 14... äh, 14 Strom-Munitionen dabei. Das ist... So. Jetzt hab' ich noch 4 Schuss. Das ist unfassbar, wie du das versemmelst. Wie... Wie am Fließband das soll. Weg mit dem... mit dem... mit dem eklingen Blei. Ach, fühlst du dich auch viel leichter, wenn du das alles losgeworden bist? Wollen wir denn jetzt noch trotzdem Abstecher in die Stadt machen? Ja. Let's go into the city. Willst du mir mal deine ganzen Cinderblocks reichen? Nein, das sind ja meine. Ja, aber du... Dann können wir doch mal stacken. Wo seid ihr denn überhaupt? S64, das ist eh nicht so gut. Ähm, warte, hier. Siehst du mich? Da, ich hab' ne Schrotflinde. Kann... Kann nur noch besser werden. Oh, jetzt krieg' ich gleich mal zu... Na ja, egal. Was kriegst du da? Du mir jetzt mal deine Cinderblocks. Ja, ich schmeiß' die mal hier hin. Guck mal her. Ich hab' richtig gesagt, Cinderblocks. Nein! Was leuchtet denn da hinten so? Haha, das Licht. Das Licht. Siehst du das Licht? Es strahlt. Es strahlt. Pass auf. Was ist das da? Was strahlt da so? Ich weiß nicht. Was ist das für ein Licht? Warum ist es so hell? Ach, das ist nur eine Reflexion von der Sonne. War so hell, aber... Das sind doch andere. Oh, guck mal, hier ist noch ähm... Ah, Flagg! Ich hab' was für dich. Ja, was denn? Einen Bohrer. Komm mal her! Ich eilig... Eilig fliege. Die sind empty. Hier, warte. Da. Aufsammeln. Was ist es denn? Ist das derselbe? Was hast du mir da grad gegeben? Ich hab's nicht gesehen. Einen Blut, oder was? Ja, genau. Das ist... Der sieht sowieso viel besser aus, als der... Hier kommt Cowboy. Du sagst so. Sag mal. Das ist derselbe. Hä? So, gehen wir jetzt in die Stadt, wie alle? Ja. Jenny! Was? Ja, komm, komm so! Sofort bin ich gleich dabei! Ich muss nur das Auto mitnehmen. Gib mir doch jetzt meine... Kinderblocks! Hast du doch... Nein, sag mir nicht, du hast wirklich aufgenommen. Ach doch, ja, hab ich. Mach mich nicht fertig, ich schmeiß dir nicht mal dabei. Hallo! Hab ich! Hab ich sie aufgenommen? Metal, 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 metal! Yay! Wo was ist denn Metal her? Ich zerstöre Autos, Leute. Indem ich sie untergrabe. Und dadurch kriegst du gleich... Du untergräbst die Autos. Pass auf, die sind in ihrer... Nein, nein, hol die! Autorität! In der Autorität! Die stört! Und wenn du das Auto untergräbst, kriegst du Desert Stone und... Scrap Metal, wenn das Auto fällt. Schnell, 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 verbind dich! Verbind dich! Oh, ha, 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 ha! Oh, ho, ho! Das war knapp, Freunde der Nachtmusik! Boah! Dafür gibt's gleich eine in die... Na mal, wie blöd muss man eigentlich sein? Hilfe! Ich werde hier belagert! Wo seid ihr denn, sagt mal? Wir sind wieder hier! Ja! Mir fehlt dir doch schon ab und an diese alte Karte, ne? Was fehlt dir? Eine Karte, wo ich dann einfach mal raufschauen kann. Du... Du hast jetzt die Cinder-Blocks, ne? Ich geh jetzt zur Stadt. Ja, hab ich! Guck mal, hier ist noch was! Boah, was rumliegt! Da ist ein Riesen-Humsel! Riesen! Alles wird immer besser! Leute, Leute, es wird immer besser! Wo ist denn Jenny? Das ist... Keine Ahnung, die ist... Wow! Was hast du gefunden? Aua, Köter! Der hat eigentlich... Nein, ich blute! Hast du Verbände? Ja, kümmert dich mal lieber um den Hund, der mir irgendwer im Arsch... Oh Gott! Oh Gott! Ich hab hier auch einen Köter! Ich nehm den mal! Nein! So! Black! Ja, ich hab ihn doch! Was willst du denn? Oh shit! Nein! Hast du noch einen? Fuck! Wie denn? Bin gestorben! Ich war das nicht! Ich hab keine Ahnung, wie du da gerade... Aber irgendwer ist gestorben! Ja, ne! Oh, ne! Komm schon! Fleck, Köter, hinter dir! Au! Au! Der Ofen ist noch ein! Okay! Dann kann ich ja nochmal kurz das Zeug ablegen! Oh! Ich falle aus dem letzten Loch! Oh! 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 Oh Gott, oh Gott! Ja! Ja! Nein, nein! Wird alles gut! Ah! Hier ist nicht schön! Ja! Ja! Die Stadt halt, ne! So ist es! Hier ist es nicht schön! Ja! Ach nee! Auch so will ich sagen! So! Geh mal zu Jenny! Jenny, beschütz mich! Haha! Das sagt der, der eine Waffe in der Hand hält, ne? Da, 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 da! Hundi! 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 Erschieß ihn! Mach ihn platt! Kriegst du den dauernd? Nö! Get down! Haha! Bauer! Bauer! Dauer! Ich würde dir jetzt abdrücken, aber du bist genau in der Tür! Zombie! Oh Mann, ey! So! Fütter! Ah! Ah! Nein! Da! Hast du ihn? Danny ist gestorben! Ich trete den taktischen Hilfe! Ja nix da! Du musst mir jetzt noch helfen mit meinem Hut! Ah! Mein Hut! Ich mach ich das nicht! Ich glaub ich geh einfach wieder in meine Mine! Nein! Ich muss zurück! Meine Pickaxe! Danny stirbt und... Und ähm... Mein Hut! Wie geil ist das denn? Vielleicht hilfst du mir noch bei meinem Problemchen? Ja! Ja! Sobald ich hier... Kommst du zu mir, oder? Ich... Nee! Ich geh zu meinem Rucksack! Das ist... Werd' hier gerade sowas von verfolgt! Oh ja, toll! Jetzt wird's auch noch dunkel! Ach, das ist auch noch! Deswegen bleib' ich hier zurück zurück! Ich geh' nicht clevererweise zuhause! Nummer zwei! Hörd' ist... Ich glaub' ich hör' dich! Daneben! Geh' doch weg, du blödes Vieh! Das ist das Ätzende, ne? Immer diesen Rucksack holen! Boah! Wie ich den... Wie ich den... Ha! Fleck, ich hör' dich da! Kann ich mehr... Fleck! Ich bin da! Hinter dir! Hinter dir! Ja, ich weiß! Ich... Ich hab' aber noch keine Waffe! Ich muss erst mal... Mein... Mein Zeug holen! Hol' dir den Rucksack! Triff' den doch nicht! Der hält ja ja nicht still! Jetzt kommt er! Ja, ist... Das ist wie... Ich sag' ja mit den Feinden! Halten sie mal still! Au! Hör auf! Oh Gott! Ich werd' hier grad angekotzt! Boah! Das ist nicht schön hier! Das ist nicht schön hier! Geh' nach Hause! Es ist zu... Es ist zu late! I go to home! Ja, nee! Ist klar! Ach, komm! Da will man nur was Neues platzieren und schon liegt man den nächsten Eisen frei, ey! Das ist doch gut! Nee! Boah! Dankeschön! Ist auch noch ein Rucksack! Oh, hä? Das ist Jennys! Glaub ich! Ah, ne Chili! Ja, Jenny hatte ne Chili-Ball! Jenny, hattest du ne Chili-Ball? Ich hatte keine Chili-Ball! Oh, ne! Oh, ne! Auf mich anzukotzen hier! Neulich in Seven Days to Die, hattest du ne Chili-Ball! Hahaha! Das ist so schön! Oh, Gott, oh Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Ay karamba! glaube ich habe alles verballert. Oh Simpsons, ne? Alcaramba. Guck die eigentlich Simpsons. Irgendwann war das langweilig. Bisweilen mal, aber am liebsten gucke ich Ichi und Scratchy. Das kenne ich auch noch. Letztens habe ich irgendwas mit Timon und Mumba. Diese zwei homosexuellen Charaktere. Das sind die Freunde von Simba, sag ich doch. Disney hat sowieso so eine Phobie. Die kreieren immer solche Charaktere. Da hat man dann immer die Vermutung, dass die eine homosexuelle Beziehung haben. Was hast du für eine kranke Fantasierfleck? Nein, das ist wirklich so. Timon und Pumba sind zwei davon, Kappa und Kappa sind zwei andere. Ja gut, ich meine Walt Disney, also der Disney, der ist sowieso ähm... Kapp und Kappa. Ja, aber also wenn du sagst, die sind schwul, dann glaube ich dir das sogar bei dem Typen. Also es... Kapp und Kappa, also ich werde übrigens einen neuen Coffeeshop aufmachen und dann werde ich meine erste Kreation, werde ich Kapp und Kappa nennen. Ja. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe mich verlaufen. Cool, du hattest die Munition für die, ähm, Siebener, ne? Jolle? Was? Was? Du hast Munition für die Siebener gehabt, ne? Ich habe Muni für die Siebener, ja. Gut, ich habe neuner Munition, die hast du gerade eben geerntet. Bei uns im Haus. Es gibt ja sowieso verkannte schwule Bärchen, der, äh, der Zeichen trägt. Aua. Au! Da ist ja, da ist ja eigentlich was. Ach, wie geil. Leute, ich habe eine Bitte, ihr packt jetzt nichts in die beiden Kula unten und in den, äh, ins Kabinett rein. Wäre ich euch sehr dankbar. Kabinett. Ich weiß gerade auch nicht, was sie so... I don't know. Ich habe hier noch ein bisschen Munition reingepackt. Also wir haben hier wieder ein bisschen... Was ist denn mit dem blöden Hut hier? Also sehr erfolgreich war ich ja nicht, muss ich sagen. Ich gehe dahin, wo ich am besten aufgehoben bin. In die Höhle! Sehr gut. Oder auch nicht. Ich hätte hier noch Kinderblocks. Ja, sehr gut. Ach ja, Joll. Könnt ihr die mal rauswerfen? Ich schmeiß die zu Boden. Die könnte ich dir auch mal geben, die Sachen. Mhm. Ja, ich, ähm, muss sie erstmal umwandeln und dann haue ich sie in den Ofen. So, Kinderblocks? Und Desert Stone. Habe ich gerade aufgenommen. Desert Stone. Okay. Gut. Ähm. Was ist denn jetzt passiert? Jetzt habe ich noch irgendwas runtergeschmissen. Ah, das hast du jetzt aufgenommen. Okay. Ja, das habe ich jetzt... Ne, habe ich nicht. Du hast es... Nein, habe ich nicht. Ja, ach, hast du... Ähm, ja, okay. Wie dem auch sei. Ähm, wir sind ein bisschen rumgeladet, haben wieder Blödsinn gequatscht und wir müssen jetzt auch mal quasi schon wieder den Fond rüber machen. Totally effective. Also so ein, zwei Minütchen hätten wir noch. Ah, beim Bruch, nein, ganz so lange nicht. Ja, Jenny hat den Bug benutzt. 221 Gläser sind hier in der Kiste. Was ist denn für ein Bug? In Glas... La, Bug, Jenny? Ja. Jenny, wie geht's denn dir da unten? Scheiße! Klingt nicht gut. Ich schmeiß hier immer noch ein paar Sachen rein. Überall Eisen. Ich sehe nur noch Eisen. Ich glaube, wir sollten ihr mal helfen gehen. Ja, wir werden jetzt, wie gesagt, die Folge beenden müssen und dann schauen wir mal, was wir so machen können. Ihr helpt's ja unten. Ja, und wir müssen ja dann auch mal anfangen demnächst mit unserem Häuschen. Ja, da bin ich sowieso dafür, dass wir halt dieses komische Haus da mal... Also wir haben genug Aura, aber das braucht halt so enorm lange, bis das mal hier schmilzt, also... Das ist ja unten noch eine Möglichkeit, an der Ladung Eisen zu kommen. Hysterische. Also ich habe Jorle vorhin 1 Deck und 28, glaube ich, gegeben und ich besitze jetzt schon mittlerweile wieder 9. Was? Ach, da oben hat's ja wenigstens... Also, gut. Ja, auf jeden Fall, wir beenden jetzt die Folge und, ähm... Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns noch einmal nicht liebt, liebe Dalles, ne, wie gesagt. Und, äh, dann sehen wir uns das nächste Mal bei Seven Ways, da gehen wir wieder in der Ausruhe. Tschüss! Tschüss!